Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum WTT Young Leader Award 2018. Es gibt heute zwei Erster, Zweiter, Dritter ab gewonnen, liebe Studentinnen, liebe Studenten, haben Sie jetzt bereits an alle. Der Winner 2018 in Mehrforschung ist Team Romberg-Spuck-Hage. Der Winner ist Team Swisslog-Shanghai. Es ist eine sehr grosse Ehre für mich, heute Abend dabei zu sein beim Young Leader Award. Schönen Abend, herzlichen Dank und auf Wiedersehen.